Ja, so lange Zeit wie da... Wie der Xenoverse... Es hat sich, ich glaube, wieder einiges getan... Es gab jetzt so drei DLCs wieder... ...seit ich das letzte Mal gespielt habe... ...und ich habe sie alle gemacht. Zum einen... Aber das sehen wir ja gleich, wenn ich... ...drin bin. Das wollen die beiden von mir... Alle! Wir sind zusammen! Wir haben auch keinen Unterschied, oder? Wir fahren jetzt auch schon mal mit dem Konto. Was so? Ich habe es schon gehört. Oh, ich habe es noch einen Scheiß. O, der Time Machine ist in der Luft, mit der Kuppa-Müse. Ich dachte, ich habe es nicht mehr zu sein. Ich habe es nicht mehr zu tun. Der Kaioshin der Zeit ist immer klein. U-U-U-Ron-San? Doch. Kaioshin der Zeit. Nicht den Heroes, das ist mir egal. Das hier ist die Heroes. Auch wenn die meisten Charaktere aus Heroes basieren. Das ist mir egal. Aber es scheint sogar noch ein bisschen Story zu geben, Neue. Na, na. Tokiの Kaioshin, bitte. Auch wenn nur ein bisschen, weiß nicht genau, was alles neu kam. Na, Trunks. Das hier ist mir egal. Ich bin hier schon seitdem. Ich bin sicher, als ich hier vorgelegt. Was ist denn? Ich kann es auch wieder zurückkommen. Ich kann es auch noch etwas machen, damit ich in Kontont zu kommen. Ich würde es noch mal in Kontont zu kommen. Hm, das ist nicht so schlimm, oder? Ein bisschen, U-Lon, ich bin in der Tatsache, oder? Wenn du in dieser Kontrolle gehst, dann kannst du nichts anderes machen, oder? Wenn du in dieser Kontrolle gehst, dann kannst du nichts anderes machen. Ich bin sicher, dass ich mich überraschend bin. Ich habe es geschafft. Ich habe mich überraschend gedacht, dass ich mich überraschend fühle. Es ist wohl so, dass ich mich überraschend bin. Wir lassen was dabei. Bei Dragon Ball finde ich ja die Englische eigentlich besser. Die ganzen Sons machen mir Kopfschmerzen. Ich finde es sehr gut und schön, dass die Sprecherin immer noch Son Goku und die anderen Sons spricht. O'Long ist jetzt im Zeitnest. Plaudere mit ihm, dann gibt er dir von Zeit zu Zeit Gegenstände. Du hast auch Zugriff auf neue Quests, sprich also häufiger mit O'Long. Ich muss mich erstmal wieder hier einfinden. Wie kann ich nochmal diesen? Wo ist denn O'Long? Der ZB-Laden eigentlich was Neues. Der ZB-Laden ist gut. Willkommen bei uns. Ich habe keine Geschenke. Das sind zwei Schriftrollen, was haben die zu bedeuten? Aber vorher will ich... will ich mit den Ausbildern hier reden. So, ähm... So, an... Son Gohan und Videl habe ich gemaximiert. In Freundschaft. Was ist mit Piccolo? Piccolo muss ich noch. Dann gehe ich mal zu Piccolo. Wo ist er denn eigentlich? Welcher von diesen Sternen ist Piccolo? Oh Gott, das wird jetzt lustig. Piccolo, Piccolo... Das hat ein Jinx-Suns. Ähm... Was ist das? Gibst du Kids zu essen? Okay, wie wäre es damit? Los, nimm! Muss mir nicht danken. Ich glaube, da habe ich sogar noch was offen. Da ist noch ein Haar. Das ist Gotenks. Rote Zerstörung und Krillin. Ja, was würde ich super klasse sein können? Glockenzehn. Na, 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 na? Ach, das ist die, mit der ich dann, äh, naja, deswegen ist es dann Stern. Mit der bin ich nämlich gerade Partner. Aber ich suche Piccolo. Was ist Wiss? Radoc. Das da, die 5 Sterne werden nicht Piccolo sein. Bojack. Slug. Vegeta. Son Gohan aus der Zukunft. Tenjin Han. Talos. Holy Cell. Oh, wahrscheinlich für ein Turnier. Hit. Yamcha. Piccolo. Und das ist eher mein Meister. Was ist das? Light-Plünderungen sind spezielle Event-Quests, die sind und sind die Light-Versionen der Plünder-Quests. Genau wie in den Plünder-Quests müssen alle Spieler in Quantum City zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Boss-Charaktere sind schwächer als die normalen Plünder-Quests. Und alle Spieler, einschließlich der Spieler, die gerade erst die Abenteuer begonnen haben, können am Spiel teilnehmen. Light-Plünderungen sind nur verfügbar, wenn du mit dem Xenoverse-Server verbunden bist. Geplante Light-Plünderungen werden in Quantum City angekündigt. Auf der Nachrichtentafeln im Fangsbereich findest du die jeweiligen Details. Zeug! Zeug. Zeug! 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 Halleluja! 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 Es gibt einige neue Parallelquests. Es könnte sein, dass ich aufs Maul kriege. So, das sind die ganzen neuen Charaktere. Hm, da fehlt aber doch einer. Oder gibt es Piccolo nicht? Guckt mal eben gerade. Schade, das ist Piccolo nicht dabei. Schade eigentlich. Das ist Piccolo nicht dabei. Das ist Piccolo nicht dabei. Das ist eine Art Waffe. Es ist einttender Pfuß. Das ist Piccolo. Das ist Piccolo. Wie viele Charaktere es hier einfach schon gibt. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere sind, aber ich weiß nicht, wie viele Charaktere sind. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere sind, aber ich weiß nicht, wie viele Charaktere sind. Ich werde auch mit dir helfen. Dann gehen wir! Ich weiß nicht, wie viele Charaktere sind. 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 Ich werde auch keine Charaktere sind. Wir sind jetzt noch ein Team, und wir gehen jetzt weiter! Wow! Das ist ein Essen! Ich bin jetzt noch ein Team! Ich bin jetzt noch ein Team! Ich bin jetzt noch ein Team! Keine Arbeit, Telefe! I...いきなりだな… でもいい修業になりそうですね はぁ… はかんる! Keine Gurus! Oh. Hallo! Hallo, ihr Zermann! Willst du mich verarschen, Kackgör? Komm her! Sie haben diese Kraft geflogen. Was ist das? Aber ich möchte mich nicht verraten. Warum bist du so stark? Das ist jetzt! Das ist doch ein Piccolo. Wenn die jemals wieder ein Xenoverse machen, dann sollten sie sich auf den Zweikampf konzentrieren. Die Gruppenkämpfe sind immer so richtig scheiße. Vor allem, weil die ja immer vor allem wegkriegen, wenn sie nicht auf sich auf man selbst gefokust sind. Spannende Wie ist das denn? Ich bin so stark! Ja, ich habe darauf eine Prochte ballen. Wir gehen wir wieder zum nächsten Mal! Spannende Tag Bis er hat Zermann ich bin in einen kannst Ich habe es gefunden! Sonn Gof! Was? Geht es ja? Ich bin bereit! Ich bin sicher, dass ich die Ich bin der strongest ist, aber ich. Ich bin der Meinung, dass ich so heiße, dass ich das nicht verstehe. Du hast auch, dass du auch leidest. Ich bin der Meinung, dass du dich so aufwachen. Ja, ich werde noch mehr überraschieren. Ich glaube, dass ich nicht so gut bin. Före! 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 Nein, was hast du das? Geht's mutter. Geht's gut! Geht's gut! Oh nein. 何で先に出発しちゃったんですか?一緒に行くって約束してたのに! いやいやいや、よく寝てたって思っちまって。 それに、私じゃない人と一緒に… そんなの… そんなの…つらえ! やべえぞ、ここであいつを怒らせたら。 謝るにしたって、一旦落ち着けねえとな。 あんたも力貸してくれよ! ותをつ��やろう… 、俺たちは落ち着いた。 Wie hat ihr das nicht wehgetan? AŁ 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 overwhelmingly anderem Geht! 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 Nackelu, ich bin schlecht. Du hast es auch. Ich bin auch meine ich mit dir. Ich bin mit dir zusammen. was was oh nein fusion ihr wollt nicht fusionieren nein bitte nicht dass das könnte schmerzhaft werden obwohl kein stinkt wohl das ding machen euch platt da ist die diffusion ah 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 Ah, verdammt! Ah, verdammt! Usoだろ? あたしが押されてる! でも、このままじゃ終わらねえ! 目に物を見せてやるからな! わーやー! あたしの勝ちだー! ダンク! ダンク! こっちだ! おりゃー! それ! おりゃー! 行くぜ! く、いった! おりゃー! 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 ぎ realisticなね、ー! 用いない、ー! Oh Mann! was ich mir mal wünschen würde wir vielleicht mal einen Film wo man mal das Universum verlässt und ins andere Universum blickt so ein Film über die Saiyajins aus dem anderen Universum fände ich mega geil dass die halt auch stärker werden oder so gab es hier überhaupt Moves zu bekommen Ja Kanonenschlag Doppelquetsch Die Bilder haben wir bekommen Ich fände es gut wenn man wenigstens eine große Chance hat die Attacken zu bekommen Wenn es ihm niemals ein Xenoverse 3 geben wird wäre das eins was ich gerne drin hätte dass man die Moves leichter bekommt Nummer 2 1 1 2 2 2 1 2